hallo leute und willkommen zu einer neuen runde inner games und zwar sehr besonders ich habe so viel weiter gespielt wir haben 19.400 coins heißt wir brauchen nur noch drei kills und die möchte ich gerne in diese runde shoppen mal sehen ob es was wird oder ob wir direkt vom känguru oder sowas auch gesnickt werden wir spielen das kipp aber damit wir eine rüstung und keine ahnung ich komme dabei irgendwie besser zu können und jetzt haben wir natürlich feiler als barba was sehr viel sinn macht dann ist kein sinn da ist eine truhe die holt sich aber der andere das heißt wir gehen doch dann müssen wir gucken wir machen wir das hier können wir keine kisten finden also absolut selten findet man hier will die ja sowohl auf bäumen als auch unterbäumen als auch irgendwo halt die kann halt hier überall sporn und ist halt kacke ich glaube ich habe die ersten coins genau also die letzten 600 coins muss ich erreichen da die double week ist kriege ich halt mehr coins ist auch ganz praktisch ist also ich meine ich bin nicht so ein heftiger nur aber ich habe halt keine kids deswegen kann ich kaum gewinnen ich habe glaube ich nur zwei dreimal gewonnen trotzdem halt übelst viele ich bin schneller als der weil ich geschwindigkeit habe ich denke den uns nein nein jetzt bleibt stehen auch genial tobi ein bogen hinter dem bogen nein dann laufen wir weil ich nicht sterben möchte ok perfekt zwei dias nicht allzu gute sachen im moment muss ich leider so anmerken dann laufen wir weiter gucken in dieser kiste noch erfahrungsfläschchen dann kriegen einen bogen auch noch dazu das ist auch sehr lieb dann kriegen wir das level entschaden unsere dia schwelle auf schärfe perfekt und gehen jetzt auf den gegner mit dem wir vertreten ich verstehe das nicht ich bin nicht so ganz schlau das wurde doch noch mal durch die ender perle ziemlich knapp ja was soll ich sagen geil da würde ich sagen kriegen wir schon mal das nächste kit ich werde mir sehr sehr ruhe wahrscheinlich weil ich ein kleiner bob bin und sowas brauche im moment haben wir nicht schon eisenschuhe ja haben wir gut hätte ich mir beinahe noch mehr eisenschuhe gemacht was natürlich super optimal gewesen wäre aber das haben wir noch nicht perfekt wir haben fast voller eisenrüstung es fehlt nur eine Hose ja weil Goldhemm ist wirklich eisenschuhe für die Ketten heißt die sind alle gleich was dann eben besser macht keine Ahnung dann wollen wir mal killen den werden wir eh nicht kriegen weil wir so dumm sind beziehungsweise weil ich so dumm bin oh ja ich bin zu gut ausgerüstet ich bin besser ausgerüstet mit meinem dia schwelle bleib doch stehen ist doch langweilig na fast noch getroffen wer der daran gestorben hatte ich hätte mich so gefeiert oh wir können uns in dia rosa craften da haben wir die bessere Hose das ist ja auch ganz gut also dia rosa jetzt fand ich das was wir so ich würde gerne meinen Bogen noch entchanten das heißt vor mir sollte jetzt bitte ein verzockungsstisch spawnen das finde ich ganz awesome ich glaube der ist da oben ich hätte die Äpfel mitnehmen sollen ich Idiot wo ist es leck wo zitterfüll ist der hallo kannst du dich mal entscheiden lieber äh 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 goldapfel öffs heißen nehme ich gerne mit älter ne 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 Jetzt ist mal unseren Bogen schnell zu entscharnen, so schnell es geht. Oder wir probieren uns den von hinten zu snacken. Was natürlich auch eine geile Möglichkeit ist. Und krippen, krippen, krippen. Ich bin tot. So schnell geht das mit ein... Nein! Danke. Oh ja, den kombon wir, den kombon wir. Komm schon, Technikerrüstung, Alter. Ich wusste es, Alter. Ich wusste, dass das passiert. Das ist so unfair manchmal. Aber egal. Wir machen jetzt, sobald er sich auskusten will. Schnitzeln wir einfach weg. Genau. Gewonnen, Alter. GG. BAM. Junge, das war mal die geilste Runde ever. Ich würde sagen, wenn euch diese Hammerfolge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ein Daumen hoch. Wenn ihr mich sehr freuen, dann würde ich auch diese noch aus einer Serie machen, jetzt wo ich mit dem Zielsiefer gebrochen kann. Ähm, ja, deswegen ist es auf jeden Fall österlich. Ähm, jedenfalls... Und ansonsten, um kein Video mehr von uns zu verpassen, abonniert uns doch. Und ja. Dann würde ich sagen, geht es jetzt richtig mit deiner Gänze ab, wenn euch das Projekt gefällt und so. Lasst doch einen Partner in den Kommentaren da. Und ja, wir werden uns dann immer ein bisschen durch die Kids arbeiten. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall den Ziel super drinnen, denke ich mal. Und ja, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Und tschüss. 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 Vielen Dank.